Wir spielen jetzt Musik von einem Mann, ähm... Kleiner Mann, der hat auch Musikgeschichte geschrieben, auch wieder viel, der liegt da unter uns. Mein Name ist, ne, mein Name ist ja schon, sein Name, also nicht auf meiner, nein, ich heiße anders. Also sein Name ist Greg Charles und seine erste große Aufnahme ist alles in Ordnung, oder? Also, mir gefällt's. Aber könnt ihr doch mal reinkommen, ich fand's gut, kommen wir doch mal rein. Und hier ist Ihr Herzblatt. Es ist schön, es ist schön, ja, ja, schön, ja, er verschenkt, er verschenkt Emotionen. Und dieser Mann, dieser Greg Charles, hat am Anfang seiner Karriere auch viele Cover-Geschichten gemacht. Er kam irgendwann in ein Studio und hat seinen Produzenten gesagt, Mensch, guck mal, ich hab dir eine Nummer bestiegen, die müsstest du mal spielen. Und die Klang, nicht zur Energie geladen. Dann hat Greg Charles die gleiche Nummer gespielt in seinem Stil und das rolle da durchguckt, sein erster großer Hitze. The Mess Around. Du bist so schnell, ja, 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 ja. Musik 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 Musik